Und mein zweiter Track, Distanz heißt er, in einer Piano-Version. Hör mir das alles noch mal lauter an, warum gefallene Sachen nicht ich damals auch noch brauchbar fand. Überdenke alles hundertmal, hasse es mit der Zeit, werd den Rechner wieder runterfahren. Ich klinge niemals gut genug, drehe alles noch mal und noch mal, es sende Wutverfluch. Beende es für immer hier, doch breche es dann wieder, wenn ich Künstler in mein Zimmer spiele. Mach das Zimmer wieder dunkel und schlucke Pillen viel zu schnell, ich weiß, das ist ungesund. Tage werden kurz, wenn ich wieder liegen bleib, alles dreht sich nicht, da flackern Augen auf, gleich Dürrigkeit, ich kühle mich. Ich bin schon fast immun, doch mir reicht das nicht einheitlich, sagen sie dann, du bringst dich um. Am nächsten Morgen dann die Angst, dass es bleibt, schlafen fällt nicht leicht, wenn du denkst, du machst das falsch. Ich atme noch mal tief ein, das kann doch nicht das Ziel sein. Aus der Nähe betrachte, bleib ich lieber auf Distanz und den Rest mach ich jetzt Freestyle. Ich atme noch mal tief ein, das kann doch nicht das Ziel sein. Aus der Nähe betrachte, bleib ich lieber auf Distanz und den Rest mach ich jetzt Freestyle. Das ist mein Ticket in die Ewigkeit, ich hasse es zu sehen, aber komisch auch, ich lieb's zugleich. Vielleicht das Einzige, was ich besser kann, aber für sie bin und bleib ich doch auf Ebik. Bitte. Versinke wieder mal im Weltschmerz, bin mir doch scheißegal, wenn alles andere mal fair wär. Wer glaubt, dass die Bild immer noch was Gutes ist, ist entweder dumm oder ein Rassist. Hähne von Kummer, Hähne von Hass, wenn sie Parolen schreit. Oder schreib mit Caps, lockern, kein Dreckstock verzeihen. Was glaubst du, wer du bist, wenn du meinst, du seist mehr wert? Wer wärst das dann noch, als zeigende Meinung zu erklären? Geh mit Black Lives Matter und Regenbogenflagge, seitdem ich verstehe, was für Privilegien ich habe. Komme links, guten Menschen oder was auch immer. Bin über 30, hab vom Leben noch kein Plastisch hin. Ich atme noch mal tief ein, das kann doch nicht das Ziel sein. Aus der Nähe betrachtet bleib ich lieber auf Distanz und den Rest mach ich jetzt Freestyle. Ich atme noch mal tief ein, das kann doch nicht das Ziel sein. Aus der Nähe betrachtet bleib ich lieber auf Distanz und den Rest mach ich jetzt Freestyle. Ich schreibe drei Jahre ein Album, um am Ende wieder zu zweifeln. Aus der Hass mit am Anfang Antrieb und Angst, die von damals an stattfand. Habe versucht, das alles zu verstehen, Zahl Tribut ist der Fluch, kann das Druck mitsehen. Was ich selbst geschaffen hab, die Welt geschaffen hab, mach schnell und fackelt Sachen. Danke.